Einen wunderschönen guten Abend. Herzlich willkommen hier im Kino des DFF, des Deutschen Filminstituts und Filmmuseums, zu unserem Abend mit unserer wunderbaren Reihe Was tut sich im deutschen Film? Sie wissen, einmal im Monat präsentieren wir ein aktuelles, wie wir finden herausragendes, deutsches Kinowerk und laden den Regisseur, die Regisseurin ein und an dieser Stelle schon mal, auch wenn ich ihn noch nicht nach vorne bitte, freuen uns, dass er aus Berlin heute gekommen ist. Max Linz ist hier. Herzlich willkommen in Frankfurt. Genau, sein Film L'État et moi, der hatte vor ein paar Monaten erst seine Weltpremiere, dann werden wir gleich auch drüber reden, aber zunächst sei noch gesagt, diese Reihe ist wie immer in Kooperation mit EPD Film, das ist Deutschlands führende Fachzeitschrift, zum Thema Film, die in Frankfurt sitzen und, wie Sie wissen, gibt es dann im Anschluss ein ausführliches Werkstattgespräch, das macht unsere Reihe so besonders. Da wird dann ausführlich über den Film und die Karriere des Regisseurs gesprochen. Heute wird Chefredakteur Rudolf Worschech das übernehmen, da freuen wir uns sehr drauf, auch er ist hier. Und, das sei vielleicht erwähnt, das heute ist insofern wieder eine besondere Vorstellung, weil alljährlich machen wir eine dieser Veranstaltungen in Kooperation mit dem Lichterfilmfest. Das Lichterfilmfest läuft ja diese Woche, kann ich Ihnen sehr ans Herz legen, wenn Sie nicht ohnehin schon ganz fleißig dorthin gehen. Auch morgen ganz spannender Kongress, Zukunft deutscher Film, dann in der Paulskirche zum Beispiel und die Preisverleihung steht auch schon bald bevor. Also das ist wirklich ein ganz tolles Festival, was Sie jetzt unterstützen ist und wir freuen uns, dass das so jetzt sich wunderbar zusammenfügt. Max war auch in den letzten Jahren immer mal wieder zu Gast hier beim Festival, insofern passt das jetzt umso besser. Genau, und bevor ich jetzt hier viel weiter rede, möchte ich Ihnen zunächst sagen, es wird zunächst der Trailer des Festivals laufen, das ist so ein Promo-Trailer, der ein bisschen was vom Programm Ihnen zeigt. Und dann wird's, denn das ist bei uns auch üblich, es gibt keine Werbung sonst, sondern einen Kurzfilm, der, das ist unsere Tradition, so wie früher immer Kino war, gab es einen Vorfilm und dann den Hauptfilm und heute hat ihn auch das Lichterfilmfest ausgewählt. Insofern ganz spannend, von der Filmakademie Ludwigsburg aus dem Jahr 2020, acht Minuten lang, die Vergänglichkeit des Bernd-Hasselhuhn. Ein ganz wunderbarer Titel und insofern besonders interessant, weil in dem Jahr, als das Lichterfilmfest ausgefallen ist 2020, hat dieser Kurzfilm den Kurzfilmpreis des Festivals gewonnen. Und jetzt werden Sie ihn als erstes im Rahmen dieses Festivals auf der Leinwand endlich sehen können. Das als erstes und danach stelle ich Ihnen den Regisseur unseres Hauptfilms vor. Als nächstes mal Film ab für Lichter und die Vergänglichkeit des Bernd-Hasselhuhn. Ja, also das war der Publikumspreisgewinner des Jahres 2020 und jetzt ist es mir eine große Freude, den Regisseur des heutigen Abends ankündigen zu dürfen. Er hat hier quasi Heimspiel, kann man sagen, denn er ist in Frankfurt aufgewachsen. Und es ist sein dritter Film nach Ich will mich nicht künstlich aufregen und weitermachen, Sanssouci, auch L'État et moi, wieder Premiere auf der Berlinale. Er ist einer derjenigen, wo ich sage, das finde ich ganz, ganz bemerkenswert, weil er hat eine Handschrift, die man sofort wieder erkennt. Es ist toll, dass du heute hier bist. Begrüßen Sie Max Linz bei uns vorne im Filmmuseum auf der Bühne. Hallo, lieber Max. Dein Mikro. Danke. Hey, hallo. Ja, habe ich zu viel gesagt? Frankfurt? Nee, du kennst Frankfurt und sogar das Filmmuseum von früher, ne? Ja. Du hast mir vorhin gesagt, Kubrick war auch die Ausstellung. Zum Beispiel. Die war gut, ja. Und da gab es auch, dann konnte man auch Kubrick-Filme auf 35mm in Kinos sehen, die es nicht mehr gibt oder so. Das war schön. Genau, und du hast sogar das alte Kino noch gekannt. Ja gut, so, also ich meine, so lang ist es nicht her. Ja, 2011. Aber die Stühle sind deutlich bequemer geworden. Das freut uns. Ich hoffe, dass dann auch viel mehr Leute deswegen auch kommen. Auf jeden Fall, aber inklusive der Filme natürlich, die sind auch mit Schuld, also du jetzt heute Abend. Sag mal, jetzt drei Filme, drei lange Abendfilme hast du gemacht, alle drei Premiere auf der Berlinale, das ist wirklich etwas, was nun wirklich nicht jeder schafft. Wie hast du, wie ist dir das gelungen? Berlinale zeigt viele Filme. Ja, trotzdem. Nee, aber ganz ehrlich, also es ist ja schon etwas, du warst in verschiedenen Sektionen, du warst jetzt auch wieder dieses Jahr dort. Wie ist das? Also ist das so eine Art Heimstätte für dich auch geworden, die Berlinale? Nee, das ist ja alle paar Jahre und man geht da halt auch als Zuschauer gerne hin oder ich bin da mal hingegangen und dann ist es schön, wenn man in Berlin einen Film gedreht hat und der dann da gezeigt wird. Aber es geht ein bisschen über das eigene Wollen auch hinaus. Also klar, es gibt viele Einreicherungen und dann wird das irgendwie, erfährt man dann, dass der Film da läuft und dann freut man sich. Wie war das denn dieses Jahr eigentlich? Es war ja ein sehr besonderes Festival, noch unter sehr restriktiven Vorkehrungen, glaube ich auch mit deutlich weniger Publikum als sonst in den Sälen möglich. Wie war es für dich? Ein bisschen schade. Aber es ist jetzt schwer, das hier fürs Publikum wieder einzuholen. Nur natürlich macht das einen großen Unterschied, ob ein Film vor so einem knackvollen Auditorium gezeigt wird oder vor allem, wo überall so kleine Subjektinseln sind, die aus so einem großen quasi Sessel-Ozean so raus schauen. Und ab und zu hört man so einen Lacher oder denkt, ach ja, ach, das war der. Und das ist traurig, weil, sagen wir mal, so oft gibt es diese Gelegenheiten nicht. Ein Film, der jetzt nicht quasi La La Land ist oder so, vor richtig vielen Leuten zu zeigen. Deswegen war es blöd. Aber auf der anderen Seite war es natürlich ganz toll, dass trotz Corona und so weiter, bla bla bla. Ich meine, das ist einfach schrecklich. Das ist eine Riesenkatastrophe und es hängt mit dem Klimawandel zusammen, wissen wir ja, dass die Fledermäuse oder wer auch immer da dem Pangolin in den Mund geschissen hat. Also tut mir leid, aber das ist ja so nicht geplant von der Evolution vielleicht. Vielleicht doch. Aber es ist schlimm. Und dies war sozusagen für, ich konnte den Film auch erst ein Jahr später machen, wegen Corona. Und habe da sozusagen ein halbes Jahr in Kreuzberg im Café rumgesessen stattdessen. Oder hatte zum Glück eine Gastprofessur an der Uni. Das hat mich so ein bisschen aufgefangen in meiner Trauer. Aber nee, es ist blöd, wenn man nicht arbeiten kann. Und deswegen ist es ganz gut, dass es so ein bisschen wieder anläuft. Aber wer weiß, was als nächstes passiert. Ich finde, heute sind die Subjektinseln im Publikum sind sehr nah beieinander, dass es fast schon nach voll aussieht. Ich finde auch. Es ist ganz toll. Von hier vorne sieht es auch noch viel besser aus. Wir freuen uns sehr, dass du uns deinen Film heute mitbringst. Es ist ja schon noch relativ früh nach der Premiere. Magst du uns was vorher mit auf den Weg geben? Oder spricht der Film für sich? Einfach eine gute Projektion wünsche ich. Und wir haben ja anschließend dann noch ein längeres Gespräch vor. Genau. Und ich werde mir Mühe geben, dass das sozusagen an den Unterhaltungswert des Films anschließt, sofern er denn in euren Augen vorhanden ist. Aber kann das natürlich auch nicht garantieren. Und wer dann raus muss oder so. Aber wir werden das bestimmt noch en Detail alles aufschlüsseln. Ich bin da sehr zuversichtlich. Es ist ein großes Vergnügen mit dir. Herzlichen Applaus, Max Linz und Film ab, L'État et moi. Dankeschön. Danke dir. Und Rudolf Worschech, der das Gespräch führen wird, nimm bitte Platz. Und für alle, die noch nicht so oft bei uns waren, die beiden werden erst mal unter sich ein bisschen reden. Und dann wird es irgendwann auch geöffnet für Sie. Und dann komme ich mit dem Mikrofon zu Ihnen. Aber jetzt hat zunächst Rudolf Worschech das Wort. Ja, auch von meiner Seite noch einen guten Abend. Schön, dass Sie da sind. Schön, dass du da bist. Und das wäre jetzt eigentlich meine Aufgabe gewesen. Oder Ursens Aufgabe. Und besten Dank für diesen tollen Film, der sehr amüsant ist. Aber doch, wie man so schön sagt, auch einen gewissen Tiefgang hat. Vielleicht fangen wir mal an so ganz mit dem Anfang. Eigentlich sollte man mit dem Ende anfangen. Mit dem armen Rechtsassessor, der irgendwie komplett leer ausgeht. Aber vielleicht kommen wir da nachher noch dazu. Es fängt ja an, es wird ja in dem Film sehr viel in eins und auch sehr viel doppelt quasi gesetzt. Es fängt mit der Pariser Kommune an und mit dem deutschen Strafgesetzbuch von 1871. Ganz platte Eröffnungsfrage. Wie bist du auf diesen Zusammenhang gekommen? Da gibt es ja keine Antwort drauf, weil das entsteht einfach und so weiter und so weiter. Es gibt aber ein Stück von Bertolt Brecht, die Tage der Kommunen, das ich mir mal angeschaut hatte, weil mich diese Gewaltfrage beschäftigt hat. Und in dem Film, den ich davor gemacht habe, Weitermachen, Sanssouci, da geht es um so ein Kybernetik-Projekt in Chile, was mit dem Putsch zu Ende gekommen war. Und eben immer die große Frage, hätte Allende irgendwie das Militär entmachtet, wäre dann alles gut ausgegangen und wäre die Welt heute eine andere oder so. Und da macht zum Beispiel Brecht dann in die Tage der Kommunen so ein ähnliches Fass auf, dass man sozusagen das Scheitern der Kommunen damit erklären kann, dass man sehr gnädig mit dem Militär und auch der Bank von Frankreich und so weiter umgegangen ist. Also dass man da nicht sofort, sagen wir mal so bolschewistisch durchgegriffen hat. Und das Stück ist irgendwie ganz interessant. Vor allem geistert da so ein preußischer Deserteur rum, der dann die Seiten gewechselt hat und sozusagen zur Kommune übergelaufen ist. Also der größere Kontext ist ja dieser Deutsch-Französische Krieg von 1871. Und das Besondere ist dann, wie Brecht das sozusagen eng führt. Am Ende die Schlussszene spielt in der Oper Frankfurt. Da trifft Bismarck, Jules Favre, den französischen Außenminister zu so einer Art Friedensverhandlung, Sicherheitsgarantien und so Sachen, die auch gerade Thema sind. Und da gibt es sozusagen so einen Schnitt, also die beschließen dann das Schicksal der Kommunen. Also die Preußen werden sozusagen die Franzosen von diesen lästigen Kommunisten befreien und Amtshilfe leisten und dann sieht man sozusagen die aus Paris geflohene Bourgeoisie und den Adel, die mit so Operngläsern auf das brennende Paris gucken von Versailles aus, wo die ja damals hingeflohen waren. Und da setzt eigentlich der Film an. Also, dass man diese Geschichte versucht weiterzuerzählen und nicht an diesem Ende aufhört. Und dann, da ich mich aber schon lange mit der Idee eines Jura-Films oder das Rechtssystem sozusagen, mich damit auseinanderzusetzen getragen habe, wusste ich, dass das Strafgesetzbuch aus dieser Zeit stammt. Also, dass es eben tatsächlich genau dann quasi in Kraft getreten ist. Da habt ihr auch bei Google nachgeguckt, also es ist ja quasi eine Fortführung des preußischen Strafrechts von 1851, was dann eben 1871 nochmal verändert wurde. Wurde das eigentlich tatsächlich auf diese Form verändert, die in deinem Film vorkommt mit dem Hochverrat? Oder ist das eine Erfindung? Nee, das ist dann einfach drauf losgesabbelt. Man muss ja irgendwie so ein Drehbuch vollkriegen und denkt sich dann eben so einen Text aus, der da möglicherweise so drinstehen könnte oder so. Was mir aufgefallen ist an dem Film, Thema Recht, Gerichtsfilm. Du magst es ja schon, mit so bestimmten Versatzstücken fast von Genre-Kino zu spiegeln. Gerichtsfilm, ohne dass der jetzt bei deinem Film die Dramaturgie eines Gerichtsfilms bekommt. Ja, stimmt. Ich wollte jetzt keine Frage stellen, hoffte, dass du darauf einsteigst. Ja, das ist interessant, also darüber nachzudenken, warum man das dann nicht macht oder warum man es anders macht. Okay, warum machst du das nicht? Naja, nee, ich meine, der Gerichtsfilm oder dieses Genre ist halt irgendwie so was vollkommen Abgelatschtes. Und ich hatte irgendwie noch diese abstruse Ambition, tatsächlich, sagen wir mal, die Gegenwart des Rechts auch in so einer Systematik oder so aufzuführen. Und gemerkt, dass mich im Grunde die Art und Weise, wie das Gericht auch in gelungenen Filmen oder so vorkommt, nicht zufriedenstellt. Weil sie sozusagen die innere Komplexität dieser Institution nicht ernst genug nimmt oder so. Also, weiß ich auch nicht, jetzt erzählt man sich dann so, dass man das jetzt aber ernster nimmt, obwohl man eine Komödie machen will. Ich meine, das sind so Schizo-Zustände oder so. Aber, dass zum Beispiel so ein Film wie Palermo oder Wolfsburg von Werner Schröter, wirklich so ein Film-Epos, also wie so ein idealer Film eigentlich, aber mich dann so bedrückt hat, dass, da gibt es dann so einen Kriminalfall, ein sezidianischer Gastarbeiter begeht irgendwie Mord oder, also jedenfalls wird es blutig und er kommt vor Gericht und das Gericht ist im Grunde sofort so eine Groteske oder Oper, je nachdem. Also Schröter mag ja Opern und so und das fand ich verkehrt. Ich fand, das wurde sozusagen der Sache nicht gerecht oder sowas und ich wollte gerne der Sache Gericht werden, weil es ist ja Jura, also da geht es ja um Gerechtigkeit. Ja, bei dir hat ja das Recht so eine, wie soll ich sagen, so eine gewisse lockere Stimmung, wenn ich das mal so sagen darf. Also auch der Referendar, Louis, der ist ja, finde ich, sowas wie die heimliche Hauptfigur mit seinem Schlendrian-Habitus, der richtet auch viel an. Ja, ich habe mich sozusagen für die sympathischen JuristInnen interessiert. Also es gibt natürlich auch Leute, die ihre eigene Relevanz oder so, also jetzt einmal im echten Leben vor sich her tragen, aber das, also am Gericht selber oder das, was ich so beobachtet habe, ich habe dann auch angefangen, mich in Gerichtsverhandlungen reinzusetzen als Zuschauer, oft so der, alleine im Publikum, das ist ja oft öffentlich und man sieht, dass die natürlich unheimlich viel quasi Realien so wegprozessieren müssen die ganze Zeit und wenn die nicht ein bisschen locker wären, dann würden die das ja auch nicht aushalten. Also das ist zwar alles wahnsinnig ernst und ich würde keine Sekunde mich da hinsetzen wollen, was ich überhaupt wichtig finde. Also es gibt ja so eine Konjunktur an quasi Recht im Film, die dann am Ende die Frage stellt, wie würden Sie entscheiden? Das, so Sachen, die irgendwie wirklich ziemlich gruselig sind, ja so von der ganzen Konstruktion her und auch, sagen wir mal, vom Demokratieverständnis oder so, was man den Leuten dann so unterstellen kann, aber um, also zugleich quasi der Komplexität der Entscheidung, da Rechnung zu tragen und ein realistisches Verhältnis dazu zu haben, dass das eben nicht alles, dass da alle immer schon diese wichtige Miene aufhaben. Und jetzt wird wieder ganz, ganz, ganz recht gesprochen und ihr alle, Sie alle wissen, wie schwer das ist. Auch für Schauspieler gibt es viele, die, wo man merkt, die berauschen sich jetzt an dieser Relevanz oder so und das, also dem musste natürlich entgegengewirkt werden. Ja, das macht ja Frau Pretorius Camusot dezidiert nicht. Das ist ja eine quasi, wie soll ich sagen, liberale, offene Richterin und selbst der immer mit dem Gewaltparagrafen spielende Staatsanwalt, ist ja jetzt auch kein wirklich abgrundtief böser Typ, sondern einer, der dann doch klein beigibt. Na ja, ist schon ein Halbschurke. Nee, also ich meine, wie soll ich es beschreiben, das geht um Spielräume und das Recht, also das Justizsystem hat unheimliche Spielräume, so gesellschaftlich zu wirken und das Ganze passiert in so eigenartig, so mikrotheatralen Vorgängen, in Verhandlungen oder so. Und diese Spielräume, finde ich, sollte man dann irgendwie auch bespielen oder so. Das sind so Potenziale, also für die SchauspielerInnen auch, so als Möglichkeiten, das so zu gestalten und sich da nicht einzufühlen. Also ich hatte selber die Beobachtung gemacht, wenn ich mir einen Prozess angeguckt habe, dass das Gericht immer dann gut funktioniert hat, wenn die sich nicht eingefühlt haben. Die waren dann auch politisch irgendwie progressiver. Die haben einfach die Prozessordnung und die Gesetzestexte auf eine Art und Weise verwendet, die ich mir eigentlich auch von SchauspielerInnen erwarte, wenn die sich ein Drehbuch angucken. Dass man so sagt, das könnte man so, worauf habe ich eigentlich Lust. Will ich den jetzt in den Knast schicken, diesen 17-Jährigen, oder weiß ich, dass das sowieso nichts bringt und versuche eher die Verhandlung so zu führen, dass der am Ende unter Umständen sogar nur ein bisschen irgendwo fegen muss oder so. Und das geht. Und genauso können die SchauspielerInnen da auch gucken, in welche Richtung sie das eigentlich gerne treiben wollen. Und zugleich war uns ganz wichtig, aber das ist vielleicht auch irgendwie gratis, aber so, dass man das trotzdem ernst nimmt, in dem Sinne, dass man nicht immer schon so ein Augenzwinkern mitspielt. Also so zum Publikum, wisst ihr ja alle, oder so. Sondern, dass man sich wirklich interessiert, so für den Vorgang. Sehr schön fand ich auch die Dekorationen. Das sind ja jetzt keine echten, nehme ich mal an. Ich war in meinem Leben, muss ich zugeben, auch nur einmal, glaube ich, in einem Gerichtssaal. Wo habt ihr das gebaut? Oder wo wurde das gemacht? Oder wo wurde das gefilmt? Staatsoper unter den Linden. Was steht da so rum? Nee, wir haben ein alter Orchesterprobensaal, Intendanzgebäude. Staatsoper ist eben ein Riesenapparat. Und ich darf das nicht zu laut sagen, weil sonst, wenn man mal wieder irgendwo anruft, dann sagen die, oh Gott, der. Ich als Filmemacher ist mal so eine Art Kloschar. Es gibt, zumindest jetzt für das, was ich vorhabe, so keine Studios oder so. Also auf der Größenordnung, wo das jetzt stattfindet, ist man irgendwie darauf angewiesen, dass man on location dreht. Das Problem ist nur, wenn man dann in irgendeinen Gerichtssaal geht, im Amtsgericht Lichterfelde oder so, dass es dann einfach sofort vollkommen uninteressant wird, weil es genauso aussieht wie alle möglichen anderen Gerichtsszenen in irgendwelchen TV-Filmen oder so. Und man auch keinen Platz hat, also man hat keinen Spielraum, weil das steht ja alles an Ort und Stelle. Also man kann nicht einfach mal sagen, so die Richterbank schieben wir jetzt mal drei Meter nach vorne, sieht besser aus oder so. Das heißt, man muss den Raum selber bauen. Und dafür gibt es dann Szenografen, also Robin Metzer, der das hier gemacht hat und der im Grunde diesen Spielraum, den die Staatsoper uns dann dankenswerterweise eröffnet hat, so in der Sommerpause, wenn die selber im Urlaub sind, da was reinzustellen. Also es ist ein B-Movie. Das ist ein Film, wo eigentlich nur versucht wurde, also Ressourcen zu verwenden, die irgendwie gerade frei sind und haben alle auch noch andere Jobs oder so. Dann kann man mal sowas machen. Und dann kommt auch ein B-Movie bei raus, der schafft dann nicht ganz 90 Minuten. Aber Frank Zappa hat gesagt, the cheaper they are, the better they are. In den 70er Jahren. Schön fand ich auch die Szene, die soll ja glaube ich im Berliner Stadtschloss spielen mit den beiden, mit der Wärterin und dem Wärter, wo Hans List einfach von seinem Sockel runtersteigt und quasi in die Welt tritt, ohne dass das dann später so mit den Ingredienzen eines Zeitreisefilms, also man hätte das ja auch ganz anders machen können, die modernen Autos oder was weiß ich, machst du ja nicht, sondern da kommt ja quasi so dieses Doppelgängermotiv zum Tragen. Ich habe mich manchmal gefragt, ob dieses Doppelgängermotiv nicht auch dazu dient, quasi die Justiz irgendwie ihr so den Spiegel vorzuhalten, mit sich selbst zu konfrontieren. Stimmt das? Absolut. What? Also dafür der ganze Spuk. Also dass man irgendwie darauf verweist, also in der Form dieser fantastischen Erzählung oder so, das ist hier so quasi, dass man so Sachen mitschleift, was einem vielleicht oder so gesellschaftlich jetzt nicht immer so ganz klar ist. Also wenn man mal über die deutsche Justiz kritisch redet, also über die bundesrepublikanische, dann ist man ja relativ schnell dabei, dass die meisten einflussreichen Leute da Nazi-Juristen waren und zum Beispiel dieses rote Gesetzbuch, was da immer rumsteht, ne? Deutsche Gesetze, genau. Deutsche Gesetze, Schönfelder, Nazi-Jurist kam irgendwie drei Wochen vor Dreh dann raus, der Beck-Verlag ändert das jetzt. Das heißt jetzt nicht mehr Schönfelder. Also es ist natürlich immer noch derselbe Klotz da, aber den Namen macht man jetzt mal, das wissen die aber auch nicht erst seit vorgestern, dass das irgendwie belastet sein könnte oder so. Und Glopke und solche Namen. Und ich habe mich zwischendurch auch gescholten und gesagt, du kannst ja keinen Film über deutsche Justiz machen und das kommt gar nicht vor. Da bin ich zum Beispiel Bernhard Schütz sehr dankbar, der den Kaiser spielt und eben den Polizisten, also den Wachtmeister, der darauf insistiert hat, dass man das immer wieder ernst zu nehmen hat. Also die Figur war, sagen wir mal, so ein bisschen flach oder so. Das war mehr so ein, irgendwie sollte das einfach so eine Dampfmaschine sein, der platzt überall nur rein und schreit rum und wird wieder weggeschickt. Und Bernhard hat dann schon so, man sagt, naja, warum machen wir das eigentlich? Könnte das nicht wichtig sein, sich zu fragen, wer hatte jetzt an der Konstabler Wache Zugang zu diesem Polizeicomputer oder so? Boah, wissen wir nicht oder so. Wer war da noch in dem Internetcafé in Kassel oder so. Also der hat solche Fragen einfach gestellt und dann haben wir da so gemeinsam versucht, einen Ausdruck zu finden. Also jetzt, man kann dem nicht gerecht werden oder man, also in so einer Form hier nicht. Aber dass man das auch nicht einfach quasi unter so einem, unter so einem Schenkelklopfen so begräbt oder so, war schon wichtig. Naja, genau, aber trotzdem 1871. Ich wollte jetzt sich sozusagen mit diesem spezifischen Zeitsprung sozusagen beschäftigen, weil es ja in Berlin-Mitte da, sagen wir mal, so einen kolossalen Anlass zugibt, nämlich dieses Stadtschloss, was ja sozusagen als so ein imperialer Prachtbau eben gerade wieder errichtet ist. Also jetzt gerade fertig, das wurde genau, während wir gedreht haben, wieder in Betrieb genommen. Und das ist sehr wie so ein Mahnmal dafür, dass man 1871 noch nicht losgeworden ist. Das stimmt, ja. Ich war da noch nicht, seitdem war ich… Das ist erschütternd. Man kommt da rein und der Traum der AfD ist wahr geworden oder sowas. Und es bleibt einem irgendwie die Spucke weg. Also man kann das nicht begreifen. Hans List bekommt ja in deinem Film auch quasi die volle Wucht des Staatsapparats mit. Schnickt, glaube ich, eine Zigarette weg und wird gleich festgenommen, weil sich da irgendwie eine Kleinigkeit an diesem Auto entzündet. Also das zeigst du ja schon, ja. Wie ist das Stadtschloss innen? Ja, das ist… Also das meinte ich eben. Das war die Erfahrung. Von außen hat man es ja jetzt schon viele Jahre gesehen. Man war da vorbereitet. Aber wenn man dann reingeht, das ist einfach dieses ganze Ornament, was da wieder hergestellt wurde, man kann sich einfach die… Also man kann sich auch diesen Preis erklären, also was das dann gekostet hat am Ende. Und man sieht einfach die ganze Sinnlosigkeit oder so. Die Leute, die da arbeiten, sind sehr nett und haben uns das ermöglicht, da zu filmen. Nur das… Ich weiß nicht, ob das als Legitimationsgrund für euch ausreicht, dass es das Stadtschloss wieder gibt. Also ich hätte es nicht gebraucht, aber hat uns ja auch keiner gefragt, gewissermaßen. Weil du gerade Bernhard Schütz, ein von mir sehr verehrter Schauspieler, erwähnst. Wie gehst du überhaupt mit Schauspielern um? Du hast jetzt gesagt, der hat es eingewendet. Magst du sowas? Förderst du sowas? Lässt du Improvisationen zu? Jederzeit, ja. Es ist einfach immer die Frage, ob es einem sozusagen hilft, einen Film zu machen. Und in den meisten Fällen tut es das. Und sagen wir mal, bei so Schauspielern jetzt wie Bernhard oder eben Sophie Reuss, da habe ich auch genug Anlass, daran zu glauben, dass das der Sache zuträglich ist. Die haben auch einfach wesentlich mehr gemacht als ich. Also das ist auch ein unheimliches, also ein technisches Repertoire, aber auch ein Erfahrungshorizont, was gelingen kann. Oder wie eine Szene vielleicht besser funktioniert als auf dem Papier gedacht. Und dann Kamera und Bitte. Es ist eigentlich schwer, also jemand wie Sophie Reuss, die ja schon ein großer Theaterstar ist, gerade in Berlin bei der Clef Book mitgespielt hat und sowas, hat ja auch schon in deinem Film vorher mitgespielt. Es ist schwierig, so jemanden zu bekommen für einen Film, den du ja selber als quasi nicht so Big-Budget-Film bezeichnet hast. Nee, gar nicht. Wir haben Tonaufnahmen gemacht für Weitermachen Sanssouci und da war ich gerade dabei, das mir auszudenken und habe nur erzählt, ich habe da bei Brecht was gelesen von einem Exzellenten und könntest du dir vorstellen, du wärst dann die Richterin und so ein Komponist der Zeitreise. Das ist ja immer lustig, wenn man versucht, seine Filmidee irgendwem zu erzählen. Versteht kein Mensch. Sagt die so, ach ja, super, das machen wir. Das war dann wiederum drei Jahre, bevor man gedreht hat, aber das war einfach die ganze Zeit verabredet. Und ich hatte jetzt nicht, ich habe da jetzt keine Zweifel gehabt, dass das dann auch klappt oder so. Also man kann einfach dann gut auf Erfahrungen aufbauen, also gemeinsam hergestellte Sachen, die einem irgendwie taugen oder so. Und dann stellt sich da auch ein Anschluss her. Und wie bist du auf den, haben wir vorhin drüber geredet, auf den Bernhard Schütz gekommen? Den hat Sophie vorgeschlagen. Das wäre jemand, wo ich mich nie getraut hätte, den Anzug, ich habe Angst vor dem. Und auch zu Recht. Und dann sagte sie, oh, frag den Bernhard. Na gut, ich traue mich oder so. Und das hat sich auch alles bestätigt. Aber eben die, also Bernhard Schütz hat zum Beispiel sehr viel mit Christoph Schlingensief gearbeitet in den 90er Jahren. Und auch der war ja nun wirklich, also mal nicht ganz, also der hat ja einiges ausprobiert oder so. Der hat sich jetzt ja nicht so eine Kamera aufs Stativ gestellt mit so einem 4 zu 3 Rahmen und gehen wir von A nach B und dann zur nächsten Einstellung, sondern da ist ja sozusagen immer was passiert. Und mein Eindruck aus den Arbeiten, die ich von den beiden kenne, war immer, dass Bernhard Schütz ihn eigentlich zwingt, noch viel weiter zu gehen, als er von sich aus bereit gewesen wäre oder so. Also wirklich, also die Kunst zu verlassen und in die Realpolitik des Straßenkampfs oder so weiter zu gehen. Und das hat natürlich auch Methode, also es ist sozusagen auch eine künstlerische Praxis oder so, die der da betreibt. Aber er stellt sozusagen diesen Code-Wechsel immer wieder in Aussicht und er versucht ihn so zu provozieren. Ja, ein toller Typ wäre. Wir haben den zuletzt hier gesehen in Der Schwarze, nee, Das Schwarze Quadrat. Da ist er auf so einer Schiffsreise und schlüpft in die Rolle eines David Bowie-Imitators, was er sehr schlecht kann. Also auch Bernhard Schütz, was aber in dem Film super gut funktioniert. Du hast selber das 4 zu 3 Format eben angesprochen. Ich fand ja schon die Kamera sehr überlegt. Also die ist ja eine strenge Kamera, wo immer im Bild was passiert und nicht mit der Kamera. Oder wieso hast du dich für das 4 zu 3, was ja heute ein relativ unübliches Format ist, gerade im Kino entschieden? Die Kulisse endet links und rechts und breiter wäre schwierig geworden. Also das war schon irgendwie klar. Also ich hatte so ein Gefühl dafür, dass wir den Film nicht in Cinema Scope würden machen können und dann sinnvoll irgendwie mit dieser Breite arbeiten. Und ich habe mich für bestimmte Stummfilme interessiert. Also so Feillard oder so Phantomas, das sind so Zehnerjahre Serien eigentlich gewesen fürs Kino mit so Meisterdieben und Verwandlungskünstlern. Und das ist ganz interessant. Ich habe das alles aber erst gesehen, als das Drehbuch eigentlich schon fertig war und diese Entscheidung auch schon gefallen war. Aber das ist voll von solchen, dass dann eben der Meisterdieb sich selber als Staatsanwalt ausgibt oder eben in die Rolle des Schauspielers schlüpft, der eben noch auf der Bühne war und dann wird der Schauspieler verhaftet. Und solche Geschichten passieren da am laufenden Band. Das hat sich irgendwie aufgedrängt, dieses Format zu wählen. Und der Kameramann, der Markus Scope, der kann das halt auch, finde ich, sehr gut. Also er kann gut mit diesem etwas engeren Rahmen umgehen und dadurch entstehen immer so, vielleicht jetzt stärker als in den breiteren Bildformaten, so kleine Bühnenkästen oder so. Das ist einfach fast wie ein Portal an einer Guckkastenbühne. Und das kommt dem, wie da agiert wird, einfach entgegen, finde ich. Das motiviert zum Beispiel jetzt nicht wahnsinnig zum Schwenken oder so. Es gibt ja auch keine Schwenks eigentlich, oder? Nee, es gibt nur statische Einstellungen, ja. Sag noch was zu deinem Humor. Sag noch was zu deinem Humor. Also, es gibt ja Slapstick, es gibt Wortspiele, Kommunist, Komponist. Es gibt teilweise Sachen, die man als Grobkomik bezeichnen könnte, die aber in deinem Film, das muss man ja auch sagen, nicht so wirken. Wie machst du das und was findest du lustig? Das ist ein nicht ganz subtiler Hinweis auf den großen Filmkomiker Jerry Lewis eingebaut, also in der Namensgebung von dem Rechtsreferender. Das ist so mein Humor gerade immer noch. Ich weiß dann immer nicht, ist das irgendwie ein bisschen infantil. Aber der macht halt so Sachen, wie dass er irgendwie eine Fernsehantenne reparieren soll. Und dann stürzt der ganze Schornstein ein und dann staubt es unten so raus. Irgendwie gerade bei irgendeiner Oma zu Hause in so einer Vorstadt und dann fliegt einer von den Ziegelsteinen dem Mann, der gerade den Hydranten repariert, an die Rübe. Und dann geht dieser Hydrant los und dann ist das ganze Viertel in Schutt und Asche gelegt. Zwei Minuten später. Dann werden noch so alle Lattenzäune weggepustet von dieser Fontäne und so. Und er versucht das irgendwie zuzukriegen. Und dafür hatten wir nicht ganz die Mittel, leider. Aber der Yoshi Lewis, also Jerry Mockridge, hat sich schon viel Mühe gegeben, jeden Türknauf, an dem man hängenbleiben kann, auch wirklich dann zu bespielen oder so. Da wusste er, er muss das so ein bisschen runterskalieren, notgedrungen. Aber er hat mich dadurch, ich weiß nicht, was das ist, das ist irgendwas Unbewusstes oder so, dass man, also dass da Sachen passieren, die einen irgendwie so triggern, sag ich jetzt mal, dass man das nicht anders kann, als komisch zu finden, weil da irgendwie so eine Entlastung stattfindet. Also mich entlastet das, wenn jemand mir zeigt, mit deiner Tasche an der Tür hängen zu bleiben zweimal, ist nicht schlimm. Du bist trotzdem einer von uns oder so. Oder wenn du mit deinem Rollkoffer zu spät in die Bibliothek kommst und das so klonk macht, gehört dazu oder so. Ist aber trotzdem ein bisschen lustig. Also das ist irgendwie schön. Ich könnte das die ganze Zeit haben. Ich kann mir das eigentlich gar nicht selber ausdenken, aber so diese, oder sagen wir mal, Sophie Reuss hatte eigentlich den Auftrag, wenn sie das erste Mal in diese Puppenkiste reinkommt, wenn sie das Gericht betritt, dass sie dann irgendwie lospoltert und sagt, was ist das denn hier und so. Und dann hat sie gesagt, nee, das ist irgendwie nichts. Das ist dann, war die Bühne auch irgendwie nicht so richtig bereit für ihren Auftritt. Da mussten noch ein paar Sachen angeschraubt werden. Und dann meinte sie, das müssen wir nochmal drehen. Ich denke da eher an Stéphane Audron bei Chabrol. Wenn die von der Affäre ihres Mannes erfährt, dann geht die einfach so zwei Schritte rüber, kommt die wieder zurück. Und das war so toll, weil bei Premiere bei der Berlinale war das der erste richtige Lacher. Und das konnten wir, wir saßen dann nebeneinander und dachten, wie ist das denn jetzt zustande? Also wieso finden die denn jetzt ausgerechnet das lustig oder so? Aber ich glaube, weil einen das überrascht und weil da trotzdem irgendwas Adäquates passiert oder so. Da wird ja irgendwie auf eine Situation reagiert, auf eine Art und Weise, die eben nicht so ganz klar ist und nicht so ganz gesteuert oder so. Das ist irgendwie wie so eine Übersprungshandlung oder sowas. Und das Verursacherprinzip oder sowas ist ja auch, ich weiß es nicht genau, wie das in der Jura-Sprache heißt, aber viele Sachen hat man einfach gar nicht im Griff. Es ist gut, wenn es da Leute gibt, die sagen, das ist okay. Wenn du jetzt Louis, also die Figur von Jerry Louis, es gibt ja noch, wahrscheinlich bist du das oft gefragt worden, wahrscheinlich ist das auch eine doofe Frage, aber er heißt Hans List, du heißt Max Linz. Hat nichts miteinander zu tun? Es ist ja Franz List, das ist ja klar. Also es geht einfach um die Vorstellung davon, dass es eine andere Romantik gibt, die nicht zur Begleitmusik der Wochenschau und vom Unternehmen Barbarossa werden. Also dümm, 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 dümm. Und dann sieht man die Panzer, die so nach Osten fahren. Und die Behauptung ist einfach, 1871 ist anders ausgegangen und daraus wurde nicht das. Die Romantik wurde nicht auf die Art und Weise verkleistert. So eine Idee. Aber ich finde es lustig, weil ich finde, also ich beobachte oft in Filmen von Kollegen aus allen möglichen Generationen, dass die Hauptfiguren so besetzen, die ihnen echt ähnlich sehen. Und ich dachte immer, wenn Leute denken würden, ich besetze Sophie Reuss, weil sie mir ähnlich sieht, dann wäre das in meinem Sinne oder so. Das Doppelgänger-Motiv ist ja auch ein zutiefst romantisches, eigentlich, also wenn auch nicht, zu Zeiten der Pariser Kommune, sondern 50 Jahre früher. Wer hat denn die Musik geschrieben? Also der Text ist von Franz Friedrich und Valeria Gordeev, die auch beide in dem Film auftreten. Franz Friedrich war jetzt in allen Filmen auch immer in so hintergründigen Rollen dabei. Das ist hier der Justizwachtmeister. Das ist ein Schriftsteller, der hier in Frankfurt beim Fischer Verlag verlegt wird. Und die beiden haben diesen Text geschrieben. Und vertont ist das von einem Profi aus Hamburg, Stefan Will und Fabian Reifert mit dem Diabend zusammen. Und Stefan Will macht die Musiken für die Filme von Christian Petzold. Und die Produktionsfirma Schrammfilm, die haben einen ganz guten Draht. Und die haben den angefragt, auf der Basis von so einem Jacques-Demis-Vorspann in Chambre-en-Ville. Das ist nicht Michel Legrand, sondern ein anderer Komponist, aber das französische Filmmusical war so ein bisschen eine Vorgabe oder so. Und da ist man natürlich dann auch sehr froh, wenn die dann so, wenn die das dann alles so reinfahren können. So Streicher und English Horn oder wie das dann heißt. Also so ein bisschen so die Zutaten der großen Filmmusik. Ich finde es sehr gut. Also mir gefällt das einfach. Ich habe das eben wieder gesehen, dieses Finale. Rote Design, eine schöne Farbe. Also dann gibt es dann diese Pause und dann kommen diese Hörner oder so. Gut. Vielleicht, bevor wir es zum Saal übergehen lassen, du hast ja an der DFFB studiert, weil du gerade den Namen Petzold erwähnt hast, fällt mir das ein. Zu einer Zeit wahrscheinlich, dein erster Film ist ja auch dein Abschlussfilm an der DFFB, ich will mich nicht künstlich aufregen, als so das gerade im Schwange war, was man so Berliner Schule nennt. Fühlst du dich von dieser Strömung beeinflusst? Wolltest du dich von der absetzen? Weil zum Beispiel die Filme von denen sind ja jetzt nicht wirklich witzig, sag ich jetzt mal. Oder wie ist dein Verhältnis dazu? Hat mal ein anderer Regisseur, mit dem ich bei dem letzten Film ein Gespräch hatte, der so selber jahrelang wie Christian Petzold, das Geheimnis sei, der hätte alle Witze weggeschnitten. Die, ja, das war damals etabliert für Leute, die sich sozusagen irgendwie für Kunst im Kino interessieren, zu denen ich da auch gehörte. Das war sozusagen, also ich habe bei Thomas Aßland assistiert zum Beispiel. Das war einfach offensichtlich, dass da Leute am Werk sind, mit denen man reden kann oder so, über alles Mögliche. die einen Begriff haben von ihrer Praxis, die sozusagen das sehr genau machen, auf eine Art. Die filmischen Mittel, die Zeichen, wie die arrangiert werden, wie die geführt werden. Und zugleich erschien mir das wenig sinnvoll, jetzt genau das auch zu machen. Was eigentlich interessant ist, ist, dass ich mich auf ganz ähnliche Sachen bezogen habe lange, also für mich einfach, auf die, die sich auch bezogen haben. Also Stropié zum Beispiel. Bestimmte Filmkulturen oder so, die uns sozusagen gemeinsam vorausgehen, die auch wieder was mit der DFFB zu tun haben, also so eine spezifische Auffassung von, was ein interessanter Film ist. Und irgendwann vor vielen Jahren, als ich bei Schramm-Filmen im Büro saß und den Produzenten versucht habe zu überzeugen und immer von Jerry Lewis erzählte, kam auf einmal Christian Petzold um die Ecke, meinte, ich höre immer Jerry Lewis, ich höre immer Jerry Lewis und fing sofort an, eine Szene nachzuspielen aus Nutty Professor oder so. Also es ist auf irgendeine Art und Weise dann nicht so weit weg, wie man vielleicht denken könnte oder so. Und ich, ja. Ja, jetzt sind Sie gefragt, wenn Sie Fragen oder Kommentare haben, sind Sie aufgerufen, das jetzt vorzubringen. Ja, vielen Dank, Max, für den Film. Ich finde, das ist eine klare Steigerung, auch noch zu Sanssouci. Was mir auch gefällt, ist der Text, auf den sind wir noch nicht so gekommen. Du hast als Titel L'État et moi und auch in dem Song heißt es ja sehr schön, rot bleibt eine schöne Farbe, nicht rot ist eine schöne Farbe, das ist ein Unterschied. Und auch der Komödiencharakter spricht ja sozusagen für Demokratie, ist anti-Aristokratie, ist anti-Bürokratie und all das. Die Entscheidungsfindung, L'État et moi, vielleicht kannst du das noch kurz sagen und auch bei dem Text, rot bleibt eine schöne Farbe, wie ihr draufgekommen seid. Also für mich ist es ja irgendwie klar, aber ich würde es gern von dir hören, warum du das machst. Das weiß ich ja selber nicht. Ich meine, den Text von dem Song habe ich ja auch nicht mal geschrieben und da haben sich die Texter dann irgendwie von dem Drehbuch leiten lassen und gedacht, dass sie das mal so ansprechen, also dass sie da so eine Sprache für wählen oder so. war wie so ein Readymade, das ist eine Platte von Blumfeld aus den 90er Jahren, die ich nie gehört habe. Aber der Titel hat mich angesprochen und Joachim Diestelmeier war einverstanden, dass wir den nehmen oder so. Ja, also es ist aber auch eine Sache, wo man dann immer denkt, ist das wirklich so schlau? Dann sagt man, wie heißt denn ein neuer Film? L'État et moi. Hä? War er französisch? Oder irgendwie L'État et moi. Ah ja, Nini et moi. Also ich denke, falls jemand noch einen guten Titel hat, den man dem Verleih noch vorschlägt, ich finde es ganz schön, aber es ist immer so eine Sache, man denkt sich das aus, dann klebt das da dran und dann wird man es auch so schnell nicht mehr los und muss ja viele Jahre damit dann hausieren gehen oder so. Alle handelnden Personen haben schon auch mit dem Staat zu tun, also insofern ist das jetzt ein Grundfall. Irgendwie beschreibt er schon was, ja, würde ich auch denken. Ja, vielen Dank für Ihre Erläuterungen. Jetzt könnte man natürlich darüber diskutieren, ob man vor Gericht, Gerechtigkeit oder ein Urteil bekommt, das auf Rechtsfindung basiert, aber das will ich gar nicht. Bemerkenswert finde ich, dass Sie sagten, der Staatsanwalt ist auch kein Schurke. Was haben Sie denn für Erfahrungen gemacht mit Staatsanwalt? Also ich bin keine Juristin, aber das hat mich schon erstaunt. Während des Films habe ich mich dann gefragt, wollten Sie einen lustigen Film machen? Dann würde ich sagen, haben Sie das total überzogen. Also das war so klamaukig. Also diesen Vergleich Kommunist-Komponist, den versteht das englischsprachige Publikum zum Beispiel nicht in der Übersetzung. Ja, das können Sie gar nicht bringen. Was ich lustig fand, war Felix Austria, der dann aber mit einem französischen Akzent spricht. Was soll man dazu sagen? Da ist irgendwas durcheinander gekommen. Ja, klamauk, ich meine Jerry Lewis oder so, habe ich ja schon versucht zu erläutern. Es gibt ja eben Sachen, die, wo man sagt, da gibt es auch kein Maß mehr. Also wenn man will, dann gibt es eben quasi im klassischen Repräsentationstheater oder auch schon in der Antike die Idee, Tragödien ist für irgendwie die bessere, den besseren Teil der Gesellschaft, also für den Adel reserviert und die Komödie irgendwie für den Pöbel. Und wenn man da einmal anfängt mit, dann ist es eigentlich schwierig, sozusagen diese Äquivalenzbeziehung oder das noch aufrecht zu erhalten. Und klar, also das Übersetzungsproblem, dem muss ich mich dann, das ist dann halt eine deutsche Angelegenheit oder so. Ja, aber ich weiß, ich habe jetzt wirklich geil so, aber danke für die Kommentare, da kann ich drüber nachdenken. Ja, also, ja, was sagen Sie zu dem, das ist der zweite Klamauk-Film, den ich hier im DFF sehe. Der erste war der Mustergatte. Ich meine, das ist eben genau die Sache. Ja, das ist ein Film aus 1937 mit Heinz Rühmann, das ist auch völlig überzogen gewesen. Ja, das trifft mich jetzt, Heinz Rühmann ist für mich sozusagen der Gegner. Ja, aber... Ja, ich meine, aber lustige Filme, das ist zum Beispiel die Filme von Loriot oder Billy Wilder oder manche mögen es heiß, und dann gibt es halt, meinetwegen den Blaumilchkanal, ja. Jetzt habe ich genug. Aber sag mal gerade Loriot, wenn es angesprochen wird, manchmal habe ich so gerade auch bei der Namenswahl gedacht, auch ein Einfluss für dich? Nee, aber ich meine, das ist ja alles nicht exklusiv oder so, die Sachen liegen rum. Das gehört allen. Das ist das Versprechen von Kommunismus, dass man irgendwie sagt, es gibt so eine Form von Allgemeinheit, die ist sozusagen zugänglich, die ist auch verfügbar. Man kann damit arbeiten. Und das überlappt sich und überschneidet sich und es ist auch völlig egal, wo ich die Sachen her habe oder so. Ob das jetzt Voltaire ist oder Loriot, spielt eigentlich keine Rolle. Ja, ich bin jetzt ein bisschen in eine andere Richtung, aber ich habe die ganze Zeit an dieses Cello gedacht. Und das Cello und dann dieser tollpatschige Rechtsreferendar. Und warum hat er das Cello nicht zerlegt? Ich habe eigentlich die ganze Zeit gedacht, bei dem Cello, warum passiert nichts mit dem Cello? War das jetzt Absicht oder, ja, ist ja teuer so ein Cello. Ich meine, kostet ja Geld, nicht? Also hat es Budgetgründe gehabt oder war das reiner Zufall, dass wir den liegen lassen? Oder wollten wir es nicht machen? Ich bin ein miserabler Drehbuchautor, so, dass mir das nicht eingefallen ist. Nein, nein, das stimmt. Er hätte da voll reintreten müssen. Er hätte ja auch jetzt sagen können, nee, das wäre jetzt einer zu viel, war ja auch legitim gewesen. Einer zu viel gibt es eben genau nicht. Das ist Frank Kastor auf 1 Uhr morgens, alle schlafen in der Volksbühne und dann kommt einer von vor und sagt, kennt ihr den schon? Und dann dauert es noch drei Stunden. Das Cello bewegt. Gibt es weitere Fragen oder Kommentare? Ist auch immer noch spannend Feedback, also es muss auch nicht eine Frage sein, sondern wie es gefallen hat. Jakob, der darf aber nicht, oder? Doch. Wir sitzen das einfach aus. Erstmal nochmal zu den Humorreferenzen oder Nichtreferenzen. Ich finde es total einleuchtend, was du sagst, dass sozusagen diese, ich möchte fast sagen, dieser humane Aspekt einfach von Slapstick zum Beispiel, wie du das beschrieben hast, finde ich total erhellend, also zu sagen, du gehörst trotzdem zu uns, auch wenn dir irgendwie die Tasse runterfällt oder sonst was. Was mich aber jetzt nochmal ganz unabhängig interessiert, weil ich hatte auch so während des Films den Eindruck, dass dich als Autor auch an dieser Materialität, dieser Juristerei irgendwas interessiert, also diese Akten und dieses dicke Buch und so. Mich würde einfach nochmal interessieren, weil du das vorher angedeutet hast, wie das war, als du vor Gericht warst, also als du dir diese Prozesse angehört hast, weil für mich klang das gerade so, als würdest du das wirklich auch beeindruckend finden, was da genau passiert. Und da würden mich einfach noch zwei, drei Sätze dazu interessieren, also worin bei aller Kritik auch der Respekt besteht quasi vor diesem Moloch fast oder was immer das ist. Ja, das ist einfach faszinierend, dass sich sowas herausbildet, dass man eben sagt, also zum Beispiel ein ganz wichtiger Punkt für die zentrale Stellung der Gerichte, dass es Entscheidungsverweigerungsverbot gibt im modernen Recht. Also die können nicht sagen, oh, keine Ahnung, lass einfach den Kaiser entscheiden. Das ging früher so oder das war eigentlich normal, dass man irgendwie dann auf einem bestimmten Niveau oder so einfach aufhört zu operieren und weiter zu unterscheiden und weiter zu prozessieren, sondern sagt, komm, das macht jetzt der Boss. Und dass man ohne diese Bossfigur auskommen muss und auch auskommen kann und dass das aber trotzdem in sich also nie identisch ist, nie gleich, dass da auch, also dass sich kein Verfahren gleichen kann oder so, weil es sozusagen kompliziert genug ist. Das fasziniert mich. Und da spielen dann eben Akten oder bestimmte Dresscodes oder so auch eine Rolle, die sich dann für sowas auch ausbeuten lassen. Also dass da gleich dann eine Akte in den Aktenvernichter fällt. Ja, sowas verrückt. Aber es ist auch tatsächlich so, das weiß man ja zum Beispiel auch aus diesem NSU-Zusammenhang, dass dann noch schnell geschreddert wurde, bevor man da reingucken kann. Das heißt, an diesem vergilbten Papier hängt ganz schön viel und ganz viel sozusagen Handlungsmöglichkeit. Und zugleich erzeugt das einen unheimlichen Stress, also den ja jeder kennt, der sich, der büffeln muss und sagt, reicht's schon oder habe ich irgendwas noch nicht gelesen oder so. Und dass man damit so umgehen muss, also alle, die da drin hängen, das finde ich schon, wie soll man sagen, irgendwie versteht man auch, warum das dann lange dauert, warum man da ewig studiert, warum man da ständig in die Bibliothek rennt und paukt. Und das, ich weiß nicht, ob ich das jetzt so... Ich habe eine Frage noch, wie du Drehbuch schreibst. Weil mich würde interessieren, ist das schon sehr präzise, gerade auch was den Humor und den Slapstick zum Beispiel angeht? Oder deutest du da erst mal was an und lässt dann den Schauspielern einen gewissen Freiraum? Weil ich stelle mir das wahnsinnig spannend vor, dann wie detailliert das dann sein könnte, wenn das alles schon da steht? Ich wüsste es selber gerne. Ich habe leider keine Routinen. Ich habe das Drehbuch in ein paar Wochen geschrieben und dann Jahre gewartet, dass wir es machen können und in der Zeit nicht nochmal mich so motivieren können. Das ist dann wie so ein Rausch oder so. Man steht dann irgendwie vorm Aufstehen auf und fängt schon mal an und wärmt sich quasi auf oder so. Dann bin ich in die Bibliothek gefahren. Und das war praktisch, weil da eben viel Zeug rumstand, wo man dann auch nochmal kurz reingucken kann. Also so wie der Kaiser so redet. Die Berliner Stadtbibliothek, die haben dann so Spezialabteilungen für diese Sachen mit dem Telefon. Das ist wirklich das erste Telefon Berlins, bei dem er auf dem Sekretär stand und auf der anderen Leitung, also am anderen Ende, am anderen Apparat hat halt einer musiziert. Das konnte man dann so im Vorbeigehen aufschnappen, sofort reinschreiben und deswegen war dieses Drehbuch eigentlich ziemlich ausformuliert und bei, ich will mich nicht künstlich aufregen, gab es meistens nur einen Satz, was in der Szene passiert und unter Umständen mal ein Dialog oder so, aber nichts, was jetzt irgendwie ineinander greifen würde oder wo man irgendwie sagt, ah, da brauche ich noch eine Nebenfigur, ah ja, das könnte so jemand sein und die macht das und das liegt hier alles beieinander, sondern, ja, dem ist jetzt eine lange Suche vorangegangen und dann haben sich die Dinge miteinander verbunden auf eine Art, die auch was mit dem Ort zu tun haben, wo es gedreht ist, weil rund um dieses Stadtschloss eben die Staatsoper steht, das alte Königliche Palais, da ist jetzt diese Jura-Fakultät drin mit dieser Bibliothek und diesem Marx-Engels-Lenin-Fensterbild, also alles schön übereinander, alles schön nah beieinander, die Musikhochschule ist gleich da und dann hat sich das so von selbst geschrieben, was glaube ich auch der, also der Zustand ist, in dem das dann schön wird, weil sich das dann nicht anfühlt wie eine Pflichterfüllung, sondern man kann, man kann da irgendwie alles behaupten und man kann vor allem, was ich irgendwie zunehmend, also auch wenn man dann denkt, man kommt heute Abend nach Frankfurt und dann erzählt man so ein bisschen und dann wird es irgendwann 23 Uhr und eigentlich wird man ein bisschen müde und auf dem Weg hierhin sieht man so lauter vertrocknete Landschaften oder so, und jetzt so ein Film, was sagt der denn dazu? Da sagt er gar nichts und dann denke ich mir, ja, aber das war auch die Idee, das ist Eskapismus und dieser Eskapismus ist aber sozusagen motiviert, das ist irgendwie auch eine politische Form, also wo ich auch eben finde, dass Unterhaltungskultur eben auch Eskapismen kultivieren kann, die nicht einfach nur Kultur, Industrie sind oder sozusagen mit negativer Dialektik zerlegt werden wollen, sondern die das auch aufheben, also meine Erfahrungen bei Gericht, die sind da drin, das Stirnrunzeln über bestimmte Justizwachtmeister Haarschnitte in Berlin oder so, und es geht dann fast einfacher, das so zu bearbeiten, als wenn ich das irgendwie versuchen würde, nachzustellen oder so. Ich habe die Botschaft wahrgenommen mit 23 Uhr und müde, also trotzdem wollte ich noch mal fragen, wenn es noch eine Frage gibt von Ihrer Seite, würden wir das noch machen, ansonsten haben wir, habe ich natürlich, unsere traditionelle letzte Frage, denn die ganze Veranstaltungsreihe trägt ja eine Frage im Titel, was tut sich im deutschen Film? Und mich würde interessieren, weil ich habe vorhin gesagt, du hast schon eine sehr, sehr klar erkennbare Handschrift, die du auch weiterentwickelst und man hat immer das Gefühl, man erkennt sofort, das ist ein Max-Linz-Film. Gibt es denn Leute, mit denen du dich verbunden fühlst im deutschen Filmgeschehen, wo du sagst, das ist ähnlich, mit denen, ja, die inspirieren mich oder ich inspiriere die vielleicht sogar, lass uns mal teilhaben an deinen Gedanken. Ach, das Schöne ist, das steht ja alles schon in der Zeitung, aber, sagen wir mal, der Film von Julian Radlmeier, der heute anläuft, Blutsauger oder so, also mit ihm habe ich lange zusammen studiert und wir haben uns sozusagen auch bei unseren allerersten Filmen irgendwie unterstützt, in der einen oder anderen Form. die Arbeit von Susanne Heinrich, da gibt es viele Leute, die sich im Grunde gar nicht so sehr über eine bestimmte Stilistik verständigen oder über bestimmte Codes, sondern eher über geteilte Beobachtungen, ja, dass man irgendwie das Gefühl hat, das ist latent absurd, was so die Norm ist, was so gefördert wird oder eben nicht, wie der öffentlich-rechtliche Rundfunk agiert, das sind ja alles so Standardsituationen des Filmemacherstammtischs, aber zugleich kann man eben an der Art und Weise, wie dann die Einzelnen, die sich irgendwie quasi berufen fühlen, da jetzt selber auch rein zu produzieren in diesen Bereich, wie die damit umgehen, darüber kann man sich eigentlich sehr gut verständigen und da ist man, glaube ich, nie allein, also ich glaube, sonst würde man gar nichts herstellen und zugleich war für mich sozusagen so eine Art von Erfahrung wichtig, ich habe sehr, also leidenschaftlich Filme aus der Zeit des neuen deutschen Films geguckt, wir haben eben über Kluge geredet, in Gefahr und größter Not bringt der Mittelweg den Tod, Frankfurt 75 oder sowas, Häuserkampf und Karneval und dass man natürlich nicht mit diesen alten Filmen Filme machen kann, aber man kann gucken, wo wird eigentlich weiter an sowas gearbeitet, was das genau ist, kann ich jetzt nicht beschreiben, aber und da ist zum Beispiel auch die Volksbühne am Rosa-Luxemburg-Platz, wo ja Sophie Reus, Bernhard Schütz sozusagen auch einschlägig sind, ein Ort, an dem Dinge, die irgendwie totgesagt sind, ein Nachleben haben oder auch quasi eine permanente Neuüberschreibung und neue Versuche oder so und das war auch eine sehr gute Erkenntnis, dass man da, dass man sich versteht, dass man dann da in ein Gespräch kommt und in ein Tun, was produzieren, ein Werk, an dem man gemeinsam beteiligt ist, und dass da dann aber auch zugleich wieder ganz andere Sachen wichtig sind, dann für die oder so, die, man sagt natürlich, dieses leidige Thema, du bist da jetzt natürlich auch beruflich institutionell mit Beauftragten, nach dem Deutschen zu fragen und ich habe da eben auch schon gehört, die Witze zünden nicht auf Englisch, aber dass das natürlich auch eine Sache ist, wo man sich eigentlich immer eine letzten Endes globale Kultur oder so erhofft, also wo man eigentlich denkt, es ist schade, dass man also immer wieder so in diesen Morass des Nationalismus eigentlich gezogen wird und dass auch der Diskurs sowas latent-nationalistisches hat, wo also es ist sinnvoll, irgendwie von diesem Gemeinwesen hier zu sprechen und wenn man das dann als Deutsch adressiert, aber ich weiß noch, dass in der Zeit, als ich jetzt in Frankfurt am Main zur Schule gegangen bin, niemand von uns hat dieses Wort eigentlich ausgesprochen, das war er, wenn man das gesagt hat, dann hat man dem gleich so einen Akzent gegeben, dass das so ein bisschen nach Volksempfänger klingt, weil einem das so eigentlich nichts gesagt hat und das ist finde ich was, was man eigentlich so wo man so dranbleiben sollte oder so, dass man irgendwie das Lokale vermittelt mit was, was halt alle angeht und nicht nur irgendwie sozusagen so ein so ein eigenartiges Territorium oder so, aus dem dann eine Nation wird oder so, ich meine davon handelt der Film, 1871, also unter welchen Bedingungen entstehen Nationen, die will man sich in der Regel nicht so ganz genau angucken. Also wir finden es ganz großartig, dass du dich mit solchen Themen auseinandersetzt und uns die auf die große Leinwand bringst. Sag vielleicht noch, wann habt ihr Kinostart? Gibt es da schon einen Termin? September. September, also wenn sie es weiterempfehlen wollen, es wird noch ein paar Monate dauern, aber dann unbedingt auch ins Kino gehen. Bevor ich mich bedanke, möchte ich noch gerne darauf hinweisen, die nächste Veranstaltung dieser Reihe ist auch eine sehr besondere, nämlich am 21. Juni wird Leila Stieler zu uns kommen. Sie hat den Silbernen Bären gewonnen dieses Jahr für das beste Drehbuch bei Andreas Dresens Film Rabi Yekurnas gegen George W. Bush und diesen Film werden wir dann auch zeigen im Rahmen dieser Reihe und sie wird als Drehbuchautorin dann eben bei uns Rede und Antwort stehen. Aber jetzt heute, weil es war toll, auch deine Gedanken dazu zu hören. Danke nochmal für diesen wunderbaren Film. Großen Applaus Max Linz, vielen herzlichen Dank und Rudolf Worschig, der das Gespräch geführt hat ebenso. Vielen Dank, Ihnen guten Nachhauseweg. Applaus Vielen Dank,